Der russische Energieriese Gazprom wird nach eigenen Angaben kein Gas mehr über die Pipeline Jamal Europa nach Westen liefern. An der aktuellen Lage bei der Gasversorgung Europas ändert das nichts. Gazprom hat schon seit Ende vergangenen Jahres kein Gas mehr durch die Leitung gepumpt. Bei der Gasleitung handelt es sich um den polnischen Abschnitt der Pipeline Jamal Europa, die von Sibirien über Belarus und Polen bis nach Deutschland führt. Der Gasmarkt insgesamt, das muss man sagen, spitzt sich die Situation in der Art zu, dass die Ankündigungen, Gas, Öl, Energie als Waffe anzusetzen, an verschiedenen Stellen jetzt sich realisieren. Die deutschen Gasspeicher seien zu fast 40 Prozent gefüllt, sagte Habeck. Er forderte Industrie- und Privathaushalte auf zu sparen. Die Speicher müssen zum Winter voll sein. Sonst sei Deutschland in einer erpressbaren Situation.